Seit zwei Generationen ist das Familienunternehmen Romano Ferrarese in Egelsbach ansässig und ist als Spezialist für Karosseriebau, Lackarbeiten, Unfall- oder Restaurationsarbeiten für Fahrzeuge aller Art bekannt. Schneller Service und qualifizierte Mitarbeiter sind selbstverständlich und kaum ein Problem, das die Fachkräfte des Unternehmens nicht zuverlässig lösen können. Die Werkstatt des Unternehmens besticht durch hochmoderne Ausstattung und vielseitige Möglichkeiten. Nach einem Schaden erstellen wir Ihnen unverzüglich eine Kostenaufstellung und veranlassen die fachgerechte Ausführung. Alle Arbeiten in einer Hand und unter einem Dach machen das Unternehmen schnell und flexibel und der Kunde bekommt alle Wünsche zuverlässig erfüllt. Handarbeit und ein hohes Maß an Präzision sind der Garant für Arbeiten, die man garantiert auch auf den dritten Blick nicht erkennt. Romano Ferrarese beschäftigt neben seinen Fachkräften auch schon immer Nachwuchskräfte und sorgt so mit einer fundierten Ausbildung selbst für den Expertennachwuchs. Für einen persönlichen Termin steht das Team von Romano Ferrarese jederzeit zur Verfügung und wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Ihren Anruf.